18. Juli 2007, Erzange Michael, lernt, unerschütterlich zu glauben und zu vertrauen, dann wird auch eure Liebe wachsen. 19. Dabei will euch die Mutter Gottes durch die Liebesflamme helfen. Seid in dieser lieblosen, aber nach wahrer Liebe hungernden Welt Zeugen und Boten ihrer Liebe. 20. Durch die überflutende Gnade der Liebesflamme könnt ihr das Böse, die Falschheit und die hinterhältigen Machenschaften des Bösen besiegen. 21. Vertraut auf die rettende Hilfe und wirksame Fürsprache eurer himmlischen Mutter. 22. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. 22. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.